Jo, Mönchensparkepfe, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's mal wieder, Chris. Und in diesem Video geht's um meine Meinung zu Tarifvergleichen, insbesondere unter den Punkten Geldmacherei und Objektivität. Viel Spaß dabei! Okay, es soll also um Tarifvergleiche gehen und schon mal vorab kann ich sagen, dass für mich Tarifvergleiche und diese Seiten insbesondere dazu, aber nicht nur diese Tarifvergleichsseiten wie zum Beispiel Check24, Verivox, Preis24.de und welche es dann noch gibt, es gibt ja unzählige davon, sondern auch andere Vergleichsportale wie zum Beispiel für Reisen oder Hotels oder aber auch Schnäppchen-Apps oder andere Seiten, die halt so Preisvergleicher ermöglichen und dann halt natürlich immer eine Provision bei erfolgreichem Abschluss bekommen. All diese Seiten bieten tolle Möglichkeiten, um wirklich viel Geld zu sparen und das vor allem innerhalb kürzester Zeit, weil man innerhalb kürzester Zeit wirklich verschiedene Produkte oder Tarife miteinander vergleichen kann, ja, sich sehr schnell einen Überblick verschaffen kann und dadurch wirklich nur sehr, sehr wenig Zeit dafür in Anspruch nehmen muss. Und bei diesem Service, und dazu kommen wir jetzt sozusagen zum ersten Kritikpunkt, den öfters mal, ja, Menschen sozusagen an diesen Plattformen äußern, dass sozusagen die ja damit nur Geld verdienen wollen beziehungsweise die sogar noch das meiste Geld damit verdienen. Und ja, genau so ist es. Diese Plattformen wollen damit Geld verdienen und meiner Meinung nach ist das doch auch vollkommen okay. Denn erstens bieten sie uns nun mal den Service, die Dienstleistung, wirklich innerhalb kürzester Zeit einen Überblick über die verschiedenen Produkte oder Tarife zu bekommen und halt wirklich schnell eine Entscheidung treffen zu können und nicht stundenlang selbst suchen zu müssen. So wie zum Beispiel mit diesem Bücherregal hier. Wenn ich jetzt innerhalb eines dieser Bücher hier eine bestimmte Information mir herauspicken möchte beziehungsweise zu einem bestimmten Thema die beste Information, dann müsste ich jetzt mir jedes Buch nehmen, ins Inhaltsverzeichnis gucken, meine Filter sozusagen anwenden, so wie ich es auch bei den Vergleichen mache, zum Beispiel meine Kilowattstundenanzahl und meine Postleitzahl, müsste dann gucken auf den entsprechenden Seiten, was dann die Internetseiten wären und muss dann hier suchen, ah okay, dann nehme ich mir das nächste Buch, vielleicht ist es sogar so ein fettes hier, gucke wieder, wende meine Filter an, gucke, ah okay, hier ist die Information so. Das würde wahrscheinlich stundenlang dauern, vor allem bei den unzähligen Anbietern, ob es jetzt nun Tarife oder Produkte sind. Und da bietet uns doch dieser Service, diese Plattform, wirklich einen großen Vorteil. Außerdem arbeiten nun mal bei diesen Plattformen auch tatsächlich Menschen. Die Internetseiten müssen gepflegt werden, die Produkte, Tarife müssen eingepflegt werden in die Seiten, man muss die Server überwachen, man muss Werbung schalten, es gibt bestimmte Leute, die die Werbung natürlich machen, wie zum Beispiel der lustige Dicke in der Werbung, der immer tanzt, everybody dance now und sowas muss natürlich alles bezahlt werden. Und deswegen müssen die Plattformen damit auch Geld verdienen, völlig richtig so. Und meiner Meinung nach und meinem bisherigen Kenntnisstand ist es auch so, dass uns dadurch jetzt nicht ein wirklicher Nachteil entsteht, da diese Provisionskosten sozusagen immer in diesen Stromtarifen schon mit eingerechnet sind. Damals waren es eben Vertreter, die von Tür zu Tür gegangen sind, geklingelt haben, einen Stromtarifsvergleich zum Beispiel angeboten haben und dann bei erfolgreichem Abschluss eine Provision bekommen haben. Heute machen das eben nun diese Internetplattformen und bekommen dafür die Provision. Die ist aber so oder so in den Tarifen mit einkalkuliert von den Anbietern, und deshalb entsteht uns dadurch kein Nachteil. Kommen wir zum zweiten Aspekt, der immer wieder kritisch angemerkt wird, nämlich, dass diese ganzen Tarifsvergleichsseiten und so weiter nicht objektiv sind, dass sie ja vor allem die Partner empfehlen, die ihnen die meiste Provision versprechen. Und sind wir mal ganz ehrlich, so ist es auch. So funktioniert der Markt. Jedoch, und das zeige ich dir jetzt einmal ganz kurz hier über einen kleinen Screencast, du siehst ja, zwar gibt es hier zum Beispiel bei Check24 Empfehlungen, die nicht die günstigsten sind, aber wenn wir etwas weiter runter scrollen, dann gibt es doch dort auch einen günstigsten Tarif. Ob es nun der günstigste Tarif ist, das ist natürlich die Frage. Ob es irgendwo noch einen Stromanbieter gibt, der hier nicht gelistet ist, der noch günstiger ist. Allerdings möchtest du den in den Weiten des Internets wieder raussuchen? Denke an das Bücherregal. Willst du dieses eine Buch finden, das dann doch günstiger ist? Und vor allem denke ich, so ist zumindest meine naive Meinung, dass, also ich denke, dass wirklich jeder Stromanbieter im Internet nun, oder beziehungsweise in diesen Vergleichsportalen zu finden ist, da sie einfach wissen, dass sehr viel über diese Vergleichsportale geschieht und sie ja wirklich dumm wären, wenn sie sich dort nicht listen lassen würden, nur um vielleicht eine Provision von 30, 40 Euro oder so an den Anbieter zu sparen. Natürlich wäre hundertprozentige Neutralität wünschenswert, jedoch muss man halt wieder beachten, dass diese Unternehmen eben gewinnbringend arbeiten müssen, um zum einen ihre eigene Existenz zu sichern, aber natürlich auch die Arbeitsplätze zum Beispiel ihrer Arbeitnehmer. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir zum Beispiel gefragt werden würden, wo gibt es die besten Brötchen in der Stadt und unser bester Kumpel ist vielleicht auch noch Bäcker, dann würden wir doch sagen, geh zu unserem besten Kumpel, der hat die besten Brötchen, oder? Oder wenn du zum Beispiel einen Bekannten hättest, zum Beispiel mit einem Elektronikfachhandel und der zu dir sagt, ey, wenn dich mal jemand fragt, wo du zum Beispiel deinen Fernseher her hast, dann schick ihn doch zu mir, er soll dann sagen, er kommt von dir und dann kriegst du irgendwie 10, 20 Euro ab als Provision. Würdest du dann nicht diesen Kunden, vor allem wenn du dann auch noch mit deinem Fernseher selbst zufrieden bist, zu deinem Bekannten schicken? Ich persönlich kann also nachvollziehen, dass das Geschäftsmodell dieser Vergleichsplattformen so aufgebaut ist. Ja, und mir geht es halt vor allem darum, dass ich möglichst schnell an die Informationen komme, die mich interessieren und die für mich einen Mehrwert haben. Und genau das schaffen doch die Plattformen. Sie schaffen einen Mehrwert für die Anbieter der Produkte oder Tarife, indem sie ihnen Kunden vermitteln. Sie bieten mir einen Mehrwert, indem ich ganz schnell halt eine Übersicht kriege, wen gibt es, wo muss ich was zahlen, ja, und kann dann ganz schnell entscheiden, wohin ich eventuell wechseln möchte. Und dafür verdienen doch diese Plattformen, ja, dann auch einen kleinen Obolus in Form einer Provision. Das ist meiner Meinung nach vollkommen gerechtfertigt. Abschluss dieses Videos noch einmal, ja, Vergleichsplattformen arbeiten gewinnorientiert, sind daher auch vielleicht nicht immer ganz objektiv, jedoch bringen sie wirklich mir als Kunden einen Mehrwert, indem sie mir ein günstigstes Produkt oder einen günstigsten Tarif sagen erst einmal. Eventuell empfehlen sie mir ein anderes Produkt oder einen Tarif, der etwas teurer ist, jedoch kann ich doch für mich selbst entscheiden, ja, welchen Tarif oder welches Produkt ich selbst nutzen möchte. Das liegt in meiner Hand und sie bieten mir vor allem den Service, ganz schnell innerhalb von wenigen Minuten an die entsprechenden Informationen zu kommen, die für mich relevant sind. Und ich muss nicht stundenlang damit zubringen, hier in den Weiten des Internets beziehungsweise hier meines Bücherregals irgendwie, ja, das richtige Buch sozusagen, den richtigen Tarif für mich zu finden. Deswegen ist es meiner Meinung nach vollkommen okay, dass diese Plattformen auch so arbeiten, wie sie arbeiten. So ist nun mal der Markt, das müssen wir dann auch einfach mal akzeptieren, dass der Markt so läuft. Und solange ich als Kunde oder auch du als Kunde es wirklich schaffst, dadurch mehr Geld zu sparen, dann haben wir doch wirklich alle was von Lieferanten, Produkthersteller, die Plattform und auch wir als Kunden. So, das war es für dieses Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. In Zukunft werde ich immer mal wieder auf Tarifvergleiche verweisen. Deswegen habe ich auch dieses Video gemacht, einfach weil Tarifvergleiche so eine tolle Möglichkeit sind, ja, um Geld zu sparen, vor allem langfristig, um unsere Fixkosten zu senken. Wenn du gar nicht so richtig weißt, Moment, was sind denn eigentlich jetzt meine Fixkosten? Wie vergebe ich denn eigentlich so im Monat aus? Denn empfehle ich dir mal bei sparenmitkopf.de vorbeizuschauen. Da habe ich meine kostenlose 4-Schritte-Sparformel für dich. Die beinhaltet auch so eine Tabelle. Da kannst du einmal alles auflisten, was du monatlich so ausgibst. Dann hast du eine gute Übersicht darüber, ja, wie viel das so ist und wo vielleicht noch ein Sparpotenzial besteht. Ansonsten wäre ich dir auch noch verbunden, wenn du diesen Kanal abonnierst, für mehr hilfreicher Videos und Tipps rund ums Thema Sparen. Gib dem Video gerne einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, dein Chris von Sparen mit Kopf. Bis zum nächsten Mal.